Der Hangi geht auf das Wochenende zu und die Stimmung ist weiterhin gut. Der DAX, wir sehen das hier, hat heute einen ganz guten Tag. Der Future steht ungefähr bei 12.900 in etwa aktuell. Und damit hat er sich zumindest mal einigermaßen solide von den Tiefs hier, die wir ja im März gesehen haben, entfernt. Und es scheint so, als ob das weiter auch so anhält. Auch das Gesamtbild, wenn ich das hier so ein bisschen intraday schon mal gucke, hier im 4-Stunden-Chart, hat ja so ein bisschen den Eindruck, ihr erinnert euch, dass wir ja sagen, häufig ist das so fünfwellig, irgendwie so starke Bewegung, Pause und sowas. Also das sieht schon ein bisschen so aus. Ich mache das nochmal weg, was ich hier überpinselt habe. Einfach, dass man das Auge so ein bisschen, okay, ich weiß, was er meint wahrscheinlich. Und das sind typische Bewegungsmuster. Und wir können das hier mal abgucken im großen Bild. Guckt euch mal das hier an. Wir hatten hier so einen Anstieg, dann war hier eine Pause, dann war hier wieder eine Pause und dann ging es nochmal einmal hoch und anschließend gab es eine etwas größere Pause. Im Prinzip, das große Pandor zu dem, was wir hier vorne hatten, nämlich dann eine Stufe größer. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir mal optimistisch, wenn wir jetzt hier als nächstes beim DAX irgendwie hier eine Pause bekommen und Pausen sehen sehr häufig dreiwellig aus oder irgendwie wackelig, das ist etwas, das klingt sehr unprofessionell wackelig. Was ist denn wackelig? Aber normalerweise sieht man das relativ deutlich, zumindest mal im Laufe der Zeit. Das sieht man nicht am Anfang natürlich unter Umständen. Aber wenn wir hier so eine Bewegung haben, die irgendwie so, okay, das ist schon unterschiedlich zu diesem Anstieg. Wenn wir tatsächlich sowas bekommen, dann hätten wir für die nächste Woche und vielleicht für darauf noch sogar eine ganz gute Erwartung, dass der Kurs weiter nach oben geht. Also, das sieht doch ganz verheißungsvoll aus. Ich mache mit euch mal ein kurzes Augentraining und dann die Überlegung, was das für heute Nachmittag bedeutet. Seht ihr diese Abwärtsbewegung hier? Man hat hier vorne, dann war hier so eine kleine Pause, stark abwärts, dann hier eine Gegenbewegung und das. Das ist fünfwellig. Wir haben gesagt, Korrekturen sind gerne dreiwellig. A, B, C. Und dann wäre es durchaus typisch, dass ungefähr das, das muss nicht, aber dass das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal passiert, das ist jetzt wohl gerade im Moment im kurzfristigen Chart hier in der Entwicklung. Klar, das kann man jetzt nicht mehr handeln. Es geht mir nur darum, dass ihr eure Augen so ein bisschen trainiert auf exakt diese Situation. So, und jetzt kommt der spannende Moment, wo viele zu verzweifeln und sagen, ja, jetzt also Long oder Short, das hast du jetzt aber doch für die Short-Seite gesagt. Ja, wobei wir ja schon gesagt haben, eigentlich wäre es doch jetzt ganz geschickt. Ich schiebe das nochmal rüber hier. Jetzt machen wir es mal weg. Dass jetzt irgendwie so eine Korrektur kommt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt wieder so halbwegs hier zurückfallen in das Gebiet. Das mache ich jetzt mal groß, damit ihr das besser erkennen könnt. Also das war der Anstieg, den wir hier seit den Tiefs hatten. Das ist quasi Märztief. Ich spule nochmal. Nee, kann ich mir nicht mehr sehen hier jetzt. Ist egal. Ungefähr bei 12.400 war das Märztief. Und wenn wir jetzt doch hier so eine Fünfwelle nach oben tatsächlich haben, ist mal eine Unterstellung, aber ist ja nicht so unrealistisch, dann wäre ein Rücksetzer ungefähr in diesem Bereich 38, 20, 50, 61, 8 der typische, der klassische Rücksetzer für eine vollwertige Korrektur dieses Anstiegs. So, wer jetzt sagt, aber kann es nicht weiter fallen? Ja. Kann es nicht weniger sein? Ja. Das ist immer das Doofe, weil man immer sagt, das kann aber doch wieder alles. Richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit für einen ordentlichen Rücksetzer in diese Zone ist am höchsten. Das ist dann irgendwie, sieht das so aus. Bitte nicht jetzt davon ausgehen, dass das normal verteilt ist. Ich habe es extra so ein bisschen krummbucklig gemalt. Aber irgendwo hier ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs seinen Rücksetzer eben hat. Das heißt ja nicht, dass weniger nicht möglich ist. Heißt nicht, dass mehr nicht möglich ist. Aber wir als Händler sollten ja nicht jetzt sagen, ja, das ist nicht so sehr typisch, das mache ich aber trotzdem. Sondern was ist das Wahrscheinlichste, wovon wir ausgehen können? Und das wäre ein Rücksetzer in diese Größe. So, jetzt bitte nicht den falschen Schluss daraus ziehen, im Sinne von, naja, dann wird er jetzt da reinfallen und gut. Nee, umgekehrt. Wenn er da reinfällt und wenn das korrektiv ist, dann habe ich doch die Bedingungen, die du gerade hier gezeichnet hast, nämlich Schub hoch, wackele ich in diese Zone vollkommen ausreichend vom Ausmaß und die Erwartungshaltung, dass das für die nächste Woche eigentlich die beste Voraussetzung wäre. Ihr seht, das Ganze ist noch an ein paar Bedingungen geknüpft, aber diese Bedingungen sind trennscharf erkennbar. Die Marken, ihr seht sie hier, 12.760, 70, irgendwie sowas, kann ja ein bisschen höher sein. Ihr seht das, ich mache das meistens ein bisschen höher. Das ist jetzt nicht exakt die Marke. Ich will nicht suggerieren, an der Marke dreht der 100%. Aber das ist jetzt so dieser Bereich, da fangen die Marktteilnehmer an nachzudenken. 50er Marke ungefähr bei 12.686 und die 61er Marke ist bei, oder 61.8er Marke ist bei 12.610 in etwa. Wenn es ein bisschen tiefer ist, ist auch noch okay. Aber wenn wir da drunter hinausgehen sollten, das ist wieder dann eher doof. Das ist nicht das Zeichen, dass das als nächstes kommt, sondern dass, vielleicht geht es auch hier mal ein bisschen hoch, aber dass wir eigentlich doch eher in diesem Abwärtsmodus da noch drin sind. Der ist leider noch nicht gänzlich vom Tisch, doch solange wir hier korrektiv nach unten gehen, wäre das sehr typisch. So, damit seht ihr, eigentlich bin ich ganz gut bullisch. Ihr seht aber auch, jetzt erwarte ich ja diesen Rücksetzer, den ich eben angedeutet habe. Das heißt, das, was sich hier jetzt im Kleinen andeutet, hat absolut das Potenzial, da jetzt eben auch hinzulaufen. Also seid da nicht traurig oder enttäuscht. Im großen Bild wäre ein Rücksetzer bis dahin völlig normal. Eigentlich sogar gesund, weil typisch. Also, Rücksetzer wäre typisch, kommt der denn jetzt auch? Und da sind wir jetzt ja dran im Moment. Ihr seht das hier, naja, das sind halt die Verhaltensmuster, die vorläufig für die Abwärtsseite sprechen. Und auch hier gilt eigentlich wieder die gleiche Logik. Stellt euch vor, der macht irgendwann wieder mal ein Päuschen und danach macht er noch was. Dann hätten wir hier wieder den Fünffäller. Das ist das Gleiche wie hier, nur in die andere Richtung und in einer anderen Zeit. Also, Zeitebene. Alles auf heute jetzt gesehen, beziehungsweise das sind natürlich mehrere Tage zurück. Aber ihr seht, das Prinzip ist das Gleiche. Und wenn er seinerseits da hochläuft, dreiwellig, haben wir gesagt, oder irgendwie wackelig. Aber unterscheidbar von der Geschichte wackele ich immer mit diesen Kursüberschneidungen, wo man sagen kann, ja, okay, das ist halt korrektiv. Dann hätten wir dieses hier als Erwartung. Wir hätten für heute Nachmittag vielleicht eine schöne Short-Überlegung nochmal, die wir da nochmal mitnehmen könnten. Die ja auch dahin führt, wo wir den Kurs ja sowieso haben wollen. Ihr seht, das Bild würde Hand in Hand zusammenpassen. So, das ist aber nicht gesagt, dass es so passiert. Und jetzt ist es die Frage, und jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt haben wir ein bisschen Theorie gemacht. Das ist ja schön. Aber wie mache ich das jetzt als Händler, als aktiver Marktteilnehmer, dass ich das umsetze? Naja, wenn diese ABC-Korrekturen zu Ende sind, dann geht es in die Trendrichtung fort. Wenn hier eine ABC-Korrektur kommt, dann geht es in die Trendrichtung fort. Jetzt haben wir aber gesagt, dass es ja fünffällig ist. Das heißt, wenn das schon die erste Korrektur ist, und dann hier ist es irgendwie so eine Folgekorrektur, müsst ihr halt damit rechnen, dass nur noch das, was für vorne, typischerweise, das kann länger sein, aber typischerweise ist es so eine Orientierungshilfe, das, was vorne ist, da hinten nochmal kommt. Das heißt, die Ziele sind dann etwas begrenzter. Aber klar ist, die Richtung ist weiter abwärts. Das heißt, für die Intraday-Freunde unter uns, solange der Markt stark in eine Richtung, im Moment abwärts, und schwach oder dreiwellig in die andere Richtung geht, könnt ihr euch triggern lassen auf diesen Zwischentiefs, wenn diese Mechanik steigende Tiefs steigende Hochs, wenn die durchstoßen wird durch tiefere Tiefs wieder, also durch das letzte Zwischentief gebrochen, dann ist das vorläufig die Möglichkeit, nochmal Short zu initiieren, einfach mit der Zielrichtung, die wir hier eben eingezeichnet hatten, spult notfalls das Video nochmal ein bisschen zurück. Für die längerfristig Orientierten ist auch ein Rücksetzer bis in diese Zone nicht unbedingt der Gar-Aus-für-die-Bullenseite, sondern eigentlich vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, da nochmal einzusteigen, nämlich, wenn der Kurs hier, ich habe es eben genauer gezeichnet, ungefähr das macht, zwischenhoch, um dann nochmal einzusteigen. Wer jetzt schon drin ist, sollte sich überlegen, mag ich das aussitzen, sprich, behalte ich die Position, dann ist bis zu dieser Kiste, die ich vorhin gemalt habe, alles noch safe, die Levels habe ich auch gezeigt. Geht er da drunter, sollte man sich ernsthaft Gedanken machen, dass wir auch das nochmal sehen, und dann sollte man sich sagen, also doch noch in der Abwärtsbewegung, denn dann ist auch diese hier und Stake, hätte ich fast gesagt, dann ist da die Frage, hält denn das wirklich oder geht es da nicht nochmal tatsächlich weiter. Also damit haben wir ein relativ klares Bild, auf was wir da achten können und müssen und wir haben Handelsanweisungen, welche die für euch richtig ist, müsst ihr natürlich wissen, ob ihr sagt, das sitze ich aus, diesen Rücksetzer, oder habe ich keine Lust zu, ist mir zu weit, ist mir zu groß, dann schließe ich lieber vorsichtshalber, weil wir sind ja im Short-Modus. Vorläufig der Long-Modus wäre noch, wenn solche Sachen passieren, das ist ja noch dreiwellig und wenn wir diese Marke durchstoßen, wäre das eine Bestätigung, dass das die starke, das die wackelige, die dreiwellige und also die Fortsetzung nochmal kommen. Das ist das Komplizierte, weil viele immer sagen, ja, Long oder Short, ja, jetzt hast du ja doch wieder alles aufgezeichnet. Ja, aber die Bedingungen sind klar. Geht er da durch, dann geht es auch noch ein gutes Stück weiter in diese Trendrichtung. Das heißt, ich habe auch hier meine Stopp-Marke, zum Beispiel ungefähr 12.960. Ungefähr jetzt ist das Zwischenhoch heute Nachmittag hier gewesen oder am frühen Mittag, frühen Nachmittag. Also da hat man so ein bisschen Orientierungspunkte, wo man dann sagt, okay, ich muss meine Richtung dann doch nochmal ändern. Solange wir da unterhalb bleiben und eher sogar nur wackelig hochgehen und nicht eben steil hochgehen, ist die Situation relativ klar. Was machen die Amerikaner? Naja, im Kleinen sind die auch ganz schön heftig unterwegs. Wir haben hier auch Schub runter, dreiwellig hoch, Trigger hierfür nochmal abwärts. Aber hier sehen wir, das ist eigentlich ganz hervorragend, hier sehen wir schon, dass wir nicht wackelig hochkommen, sondern wir sehen, dass wir hier steil hochkommen. Das heißt, das sieht eher so aus, wenn wir jetzt nochmal wackelig runterkommen oder ABC-Korrektiv runterkommen, ich mache das nochmal in volle Größe hier, ja, dann geht es auch nochmal weiter, denn die letzte Bewegungsrichtung ist stark. Die ganzen Intraday-Freunde warten jetzt auf sowas, um dann long zu gehen und wenn es sowas nicht wird, dann sowas, um an der Stelle nochmal long zu gehen, also ab da sozusagen long zu gehen. Und wenn der Kurs weiter fällt, bin ich nicht long, habe aber die Chance, eventuell immer wieder hier oder hier zumindest mal einen partiellen Short nochmal mitzunehmen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar ist. Viele stellen sich immer vor, die Chart-Technik sagt jetzt, was als nächstes passiert. Naja, die Chart-Technik stellt ja nur das dar, was die Marktteilnehmer im Moment gerade sehen und die zeigen ja schon durch ihren Tun, was die starke Seite ist und was die schwache Seite ist. So, was die starke Seite ist, das sehen wir gerade hier, die schwache fehlt hier noch. Also ihr seht, das, was ich hier mal eingezeichnet habe, angedeutet habe, es fehlt hier noch. Ja gut, aber die Vorstellung, wie das aussehen müsste, das kriege ich wohl hin, zu sehen, was ist dreiwellig, was ist wackelig, um dann zu sagen, was war die stärkere Richtung und geht dann der Bruch entsprechend da nochmal weiter in diese Richtung. Das heißt, kurzzeitig würde ich sagen, ist der amerikanische Markt und damit auch der deutsche wahrscheinlich immer noch nicht fertig mit der Abwärtsbewegung. Wir haben beim S&P nochmal so eine Zwischenhochmarke bei 3.908 ungefähr hier in der Richtung. Also das sind alles nochmal so Marken, wo man sagen kann, nochmal hoch, für die Intraday-Freunde sogar nochmal so was Kleines hier. Wenn wir das bekämen, den Anstieg, den Steinen haben wir gemacht, der Rücksetzer fehlt noch. Das ist jetzt eure Hausaufgabe, wenn ihr Intraday-Händler seid, auf genau diesen Rücksetzer zu warten, um das Ganze dann umzusetzen. So, jetzt will ich euch nicht länger vom Selberschauen abhalten. Ihr seht, die Bedingungen sind nach wie vor grundsätzlich für die Longseite nicht schlecht. Mit kleinen Zwischenrücksetzern oder nicht, das soll uns gar nicht so sehr stören. Ich drücke euch die Daumen, jetzt gucken wir zum Abschluss nochmal kurz auf den Nasdaq, aber der ist natürlich im Wesentlichen ähnlich. Also ihr seht, da ist jetzt kein großer Unterschied. Eine mögliche Zielmarke kann ich schon mal andeuten. Naja, Zielmarke sagen wir mal andersrum. Der nächste ordentliche große Widerstand dort ist bei 12.534 in etwa, also ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Hier ihr seht das auf Tagesebene. Das ist einfach aufgrund dieser Mechaniken, die wir hier haben, der Größenverhältnisse. Da werden viele Leute mal drauf gucken. Das ist keine sichere Bank, dass der Kurs da nicht durchkommt, aber das ist ziemlich sicher, dass viele Marktteilnehmer dort drauf gucken. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Platz. Vielleicht nimmt es der Markt nach oben nochmal mit. In diesem Sinne euch alles Gute. Falls wir uns vorher nicht mehr sehen oder hören, euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.